ja willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 ja nach einer woche pause geht es endlich mal wieder weiter und die kampfmusik war am laufen also ist ja noch irgendein gegner ich meine gerade wo wir gerade wir sind hier wir sind im super mutanten hotel ja hab jetzt seit zwei wochen nicht mehr gespielt oder so deswegen war ich ein bisschen am nachdenken oh gott habe ich wieder viel wo ich gerade war was ich gemacht habe letztes mal und so weiter und ja wir waren in diesem hotel hier drin weil wegen zeugs gut zu wissen ja jetzt mal wieder reinkommen im spiel auch nicht spiele verkehr sich nie über die spielt jetzt irgendwie eine sache die vergisst man die aber vielleicht weiß ich nicht mehr wie man kommentiert weil ich auch irgendwie seit einer woche nichts mehr aufgenommen oder so bei zwei ja muss ich da werden vielleicht reinkommen mache ich auch nur seit drei jahren ohne aber okay das problem ist jetzt ich weiß nicht mehr wo ich schon war und wo nicht da ist ein ausgang da will ich nicht hin sollte vielleicht mal gucken der war kampfmusik also muss ja irgendjemand noch sein und kommt kein kunden sieg jetzt sparen war für diesen helm genau ich habe schon schon so über 1000 2000 haben 2100 2000 hat ein bisschen viel dann könnte ich mir vielleicht dreimal schon leisten aber noch irgendwo noch nie wenn ja wo da ist okay ich habe schon die waffe schon wieder was gesehen da okay ich meine von hier sind wir ja reingekommen dass irgendwie dieser gegner hier dieser mutant irgendwie kilometer weit weg geflogen dass wir gegen die gekämpft haben genau wird nur so geschlagen und jetzt irgendwie weil ich nicht zehn kilometer weg geflogen da ist auch ein ausgang und packe ich überhaupt mein schmerz nicht mehr genauer sagen wir alles sortiert hier durch ja hier habe ich mit dem striker einige lege ich jetzt kommt alles zu mir zurück wird wird dann hier war mal noch nicht nämlich da da glaube ich nach oder da war ich vielleicht doch schon weil das sprengstoff kiste vielleicht doch nicht leer zurück voll zurück meine güte oh mein gott so könnte aber nachdem ob das hier schon abgeschlossen ist dafür vielleicht mal eine idee so muss ja noch irgendwo gut sein warte mit lauer ja okay so ich darf jetzt noch werden magazin ist das hier auch vielleicht auch geben weil gibt ihm eine trophäe oder soweit man dankeschön meine trophäen also stand irgendwie alle magazine oder so dass man kriegt eine trophy wenn man alle magazine oder so viel also musik hier wahrscheinlich ich glaube ich habe da schon mal ein magazin gefunden irgendwie in so überleben irgendwie so hat ich mich irren war ich nur so wenig steampacks oh mein gott weiß ich bin fast hoch ich muss wahrscheinlich wird zurückgehen und erst mal ein paar sachen verkaufen da wo war ich jetzt noch nicht muss ich noch irgendetwas geben das ist ja noch nicht abgeschlossen wie komme ich noch mal zurück da 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 eigentlich irgendwo ein aufzug oder hat er noch draußen geführt ich meine das soll ja noch nicht alles unten als erledigt sah dann irgendwo hier war irgendwo ein ausgang obwohl vielleicht wenn ich oben irgendwo den ausgang nehmen der mich irgendwo anders sind natürlich auch ein normal aufs dach oder irgendwie so hat das führt mich zum keller oder so macht sinn in organisches hier oh mein gott ja mal ein roboter mitnehmen sollen und ich will erst mal mit den alten ich hab jetzt einen namen vergessen lang fährt auch glaube ich freischaft schließen ich habe ja draußen mal andere super mutanten die habe ich auch voll ignoriert ja einfach ja eingestellt oh gott weil er schon dauern ich auch gleich war wer macht so viel schaden primus was sonst nichts ist was so viel schaden moment spiele noch auf sehr schwer oder nein ich habe nicht auf überleben nein 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 einer bekommen die so viel schaden obwohl es ist auch sehr schwer also das ist theoretisch niedriger als überleben jetzt sagt man immer noch voll viel schaden da vielleicht bin ich einfach jetzt so stark vielleicht habe ich ja dieses gott tier erreicht von dem ich schon so viel gehört habe da haben gott tier wenn man auch mein gott schnell fliegt denn jetzt alle so weg wenn ich euch schlage ist ein schwer und kein baseball schläger mit schnitt man noch nicht geschlagen schlager schlitz oh mein gott vielleicht ist mein laser einen laser schaden irgendwie bei meinen energie schaden ein bisschen höher als ich es in erinnerung hatte wer kann aber bis jetzt noch kein legendärer gegner das macht mir irgendwie sorgen da kann er noch du bist du kriegst herauf ich da unter schutz kaputt kaputt mein gott ich nochmal an werden ich habe nur noch 26 stimpaks mein gott heute muss ich gar nicht den überlebensmus einschalten und dann so weiter geht spiegel nein nein pisser so da bin eine falle falle die blumen auf mich schießt wenn ich da ein stolper falle ein das sind ja noch ok jemanden aber gleich sehe ich jemanden was das rote zeichen soll aber nicht reingegangen wo ich gleich nochmal oben nach und hier bin ich reingegangen irgendwo ich habe keine ahnung mehr wo ich bin dann wo ist hier jemand mutanten und ja wir sollten am besten mal unsere munitions sind ja ja keiner hat gesagt das aber ok da bin ich reingegangen genau du 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 musst danach laden jetzt au gott darum und 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 oh mein gott hält der viel aus damit wir machen jetzt springen jetzt hoch nach in rollen spielen das unmöglich zu erreichen aber schlägt allerdings explodiert du weg au hör auf damit ich kann mich gar nicht bewegen au das knippert mich kaputt ey ey und gegen die birne doch also alles hier habe ich mit zwei drei schüssen weg und dann kommt er macht mich wieder fällig das war das gesund ist so viele stege in den kopf zu bekommen gott hat ding brennt es gibt es noch nicht mal noch einer schießt doch mal auf den ich höre in die ganze zeit im hintergrund aber da kommt so meist mal genau ich kann ja mal komischerweise mehr schaden macht was noch ein fähig es ist echt ein super mutat noter ja und du bist natürlich voll stark gibt mir kritische punkte keine arbeit los ich kann es mir nicht mehr leisten wir ist im zu benutzen so lange du noch warte schlitz 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 mein gott was ist denn hier überhaupt nicht? Fisch Fisch ich höre auch noch kampfmusik daddy weil habe ich irgendwas gutes ja ich habe es jetzt ja alles abgeschlossen was power ist so wo hätte ich jetzt nichts dagegen ich müsste einige meiner dinge wegballern meiner fusionskerne die noch angenagt sind ich muss hier rein ich werde noch machen ah nix so war ich da rausgekommen ja das kenne ich noch ausgleichen das spiel denkt weil ich da rausgegangen bin dass ich wieder da rein gehen muss um ja wir den gleichen weg zurück zu kommen ich bin jetzt ja einfach runter gesprungen also in v3 und sky und so wo ist genannte power rüstung sag ich nicht nein zu dann sag ich nicht nein zu ein netz souvenir hier aus verhabe so das da noch mal da oder die macht ich hat gern passt den plex 20 oder so nicht witzig cool cool den aufzug da war 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 da die powers dann wie möchte ich haben wo ist sie wo ist sie oder zeigt er mir auch wieder nur an glaube ich sehe schon zeigt mir auch noch so blöde an dass ich da rein gehen muss um wieder nach dingen zu kommen nach kommen ich habe mich auch hier funktioniert hat bitteschön da oder wie wenn er jetzt schon wieder über mir sein soll nicht uns jeder ausgemerzt werden ging erfahrungspunkt und so nix nix ich bin auch wenn ich erstmal ein paar sachen verkaufen und schon wieder passen einlagen ich glaube nicht ne wo ist der primus den schnappich mehr na ist da hat sich mehr durch die lappen geht ich habe noch ein paar treppen unter und bricht mir das genick wo bist du jetzt sehe ich den schon wieder nicht für karte da habe ich von abwählte wahrnehmung und also was es gilt hat man hier ist noch was da kam ich verdammt aber ich kann nicht schnell reisen sich extra irgendwo gegen trennen oh ja hat geht nach der mini gun wusste doch irgendwie seil war für irgendwas weg mit dem teil die nimmer mit link verkaufen aber wir sind endlich weg haben wir jetzt ja alles ja gut dann wollte ich mich hier weg werden wir sehen hat hier power armor von der karte verschwindet weiter und salon verloben mir die mini gun abnehmen die wir für viel geld verkaufen können und dann sehen wir uns in der nächsten folge von let's play for out 4 ich bleibe mich alle als ich versuchte und sage tschüss bis zur nächsten folge